Wir kommen heute zu Logarithmen zu beliebiger Basis. Wie kann man die am leichtesten ausrechnen? Also Logarithmen zu beliebiger Basis. Ihr werdet einiges wieder hören, wo ihr sagt, ah ja, jetzt weiß ich warum. Und das ist eigentlich letzten Endes das Ziel. Ziel ist also die ganze Sache zu vertiefen. Fangen wir mal an. Ich hatte mir hier so ein paar hässliche Beispiele aufgeschrieben, wo man dann sagt, ach Mensch, wie soll denn das funktionieren? Und zwar das aller hässlichste von allen Beispielen, das kennen wir mittlerweile, das ist der Logarithmus zur Basis 2 von 32. Ich hätte jetzt beinahe 8 gesagt. Wie kann man das irgendwie umgestalten, sodass man sagt, naja, irgendwie müsste man da was draus machen können. Hier ist es klar, der ist 5, das weiß ich auch. Aber irgendwie müsste man was draus machen können. Ich zeige mal was Überraschendes. Ich sage einfach, das hier, die 32, die steht weiter oben als die 2. Die Basis steht immer unten. Ich sage jetzt einfach mal was Bekanntes. Das ist genauso wie der 10er Logarithmus von 32 durch den 10er Logarithmus von 2. Warum? Wie kommt man da hin? Oder? Na gut, wie man da hinkommt, das können wir letztendlich ganz leicht machen. Vielleicht formen wir das mal um. Vielleicht geht das nicht nur mit dem 10er Logarithmus. Machen wir das mal so. Wir schreiben erstmal diesen Ausdruck um. Und zwar als 2 hoch x, weiß ich noch nicht, soll gleich 32 sein. Und wir sagen, wir logarithmieren. Wir sind jetzt ganz stur. Und das ist der ganze Trick an der Sache. Wir sind ganz stur, wie beim Gleichunglösen immer. Wir logarithmieren zur Basis 2. Was würde dann hier stehen? Dann würde hier folgendes stehen. Das ist der Logarithmus zur Basis 2 von 2 hoch x zum Logarithmus zur Basis 2 von 32. Hm. Jetzt wissen wir schon von den Logarithmengesetzen, dass x, das darf nach vorne geschrieben werden. Mit anderen Worten, ich schreibe das x mal, ich mache jetzt mal alles tippeltappeltur. Ich schreibe jetzt mal x mal Logarithmus zur Basis 2 von 2 hoch 1. Ist gleich dem Logarithmus zur Basis 2 von 32. Wenn ich jetzt das x alleine stehen haben will, dann muss ich durch den Logarithmus zur Basis 2 von 2 hoch x. 1. Ich sage das ganz bewusst so leise. Teilen, damit x alleine steht. Ich mache mal hier oben weiter. Dann steht dann, x ist gleich dem 2er Logarithmus, sagt man auch, von 32. Geteilt durch den 2er Logarithmus von 2 hoch 1. Wenn ich jetzt die ganze Sache ausrechne, dann sage ich, na Moment mal, 32 ist ja 2 hoch 5. Na prima. Dann steht hier oben eine 5. Denn wir wissen ja, 2 hoch 5, hier oben haben wir den Exponenten, der Logarithmus ist ja Ausdruck des Exponenten. Dann können wir sagen, oben über dem Bruchstrich steht 5 und was steht unten? Ablesbar 1. Passt. Mit anderen Worten, auch auf diesem Wege ist es möglich, ist 5. Man kann den Logarithmus, man muss nicht immer die Basis 10 oder Basis E oder sonst was nehmen. Man kann den Logarithmus auch zu verschiedenen Basen mit einem bekannten Logarithmus so umrechnen, dass das funktioniert. Aber ich wollte ja nochmal darauf kommen, dass wir uns eine ganz einfache Regel einprägen. Wie kommt man von diesem Ausdruck auf diesen ganz schnell? Indem man logarithmiert. Na gut, nächstes Beispiel. Probieren wir das mal aus. Wenn wir Zahlen haben, die sich alle um die gleiche Basis drum herum bewegen, also 32, 2, 16, 64, 128, was weiß ich. Dann können wir das gleiche nochmal mit folgendem Beispiel ausprobieren. Es soll der Logarithmus zur Basis 10 von 1000 zu Fuß ermittelt werden. Na klar, ich weiß den auch, aber wir probieren es mal. Der sei x. Dann gewöhnen wir uns einfach erstmal anders als Zwischenschritt. Wenn es gar nicht anders geht, dann schreibe ich das um. Als 10 hoch, das ist der Logarithmus, x ist gleich 1000. Und jetzt werden wir ja mit dem Klammersack gepudert, wenn wir das nicht anders machen. Jetzt probieren wir das mal. Wir logarithmieren mit dem Logarithmus zur Basis 10, also mit Lg. Gut. Lg von 10 hoch x ist gleich Lg 1000. Das x wandert nach vorne. Und jetzt schreibe ich in der nächsten Zeile den Logarithmus zur Basis 10 wieder aus. x mal, das wandert nach vorne, der Logarithmus zur Basis 10 von 10 ist gleich der Logarithmus zur Basis 10 von 10 hoch 3. Natürlich, ich könnte jetzt übertreiben und könnte sagen, was ist denn das hier? Logarithmus zur Basis 10 von 10 hoch 1, kann ich ablesen, ist 1. Und der Logarithmus hier auf der rechten Seite ist 3. Schmuck am Nachthemd wäre jetzt nur durch 1 zu teilen. Ist klar, x ist 3. Logisch. Soll ich mal kurz Pause machen? Action. Na klar, das sieht verwirrend aus. Ich habe jetzt auch stark übertrieben. Man kann es, man kann sich die Sache viel einfacher machen. Richtig. Aber ich wollte mal darstellen, wie man auf diese ganze Geschichte kommt und ob das wirklich so allgemeingültig ist und weitere Zusammenhänge klären. Nochmal, woher kommt diese 1? Das ist diese hier, von hier oben. Logarithmus zur Basis 10 von 10 hoch 1 ist 1. Das war diese 1. Na klar, ich sage ja, das ist Schmuck am Nachthemd. Selbst diese Operation durch 1 ist Quatsch. Das ist nicht nötig. Das sieht man eher. Probieren wir das mal jetzt ganz allgemein aus. Und zwar, ich schreibe einfach mal der Logarithmus zur Basis b, deswegen sage ich auch Basis, von a soll x sein. Na, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Vorhin hatten wir es so gemacht, wir hatten erstmal eine Exponentialschreibweise umgeschrieben. Das heißt, hier b ist die Basis, b hoch, hier ist der Exponent, x ist gleich a. Wir logarithmieren und zwar am besten, hm, womit logarithmieren wir denn am besten? Hm, hm, hm. Ja, wir logarithmieren mal mit der gleichen Basis. Also, Logarithmus zur Basis b. Schreiben wir jetzt einfach mal hin. Wie gesagt, ohne nachzudenken. Denn wir hatten gesagt, wir logarithmieren am besten mit so einem Logarithmus, der die Basis hat, wie sie überall in diesen Zahlen, nämlich 10 oder hier oben 2. Na, hier in der 32 steckt die 2, ne, 2 hoch 5, hier steckt die 2 und da lohnt es sich mal den Logarithmus zur gleichen Basis zu verwenden, wie die Basis hier schon steht. Einfache Schreibübung, Logarithmus zur Basis b von b hoch x steht dann da, ist gleich der Logarithmus zur Basis b von a. Das x wandert nach vorne, also kann ich sagen, das ist x mal Logarithmus zur Basis b von b und hier rechts hat sich nichts geändert. Ähm, wenn jetzt das x verschwunden ist, was bleibt denn hier stehen? Eine stille 1. Und was ist denn der Logarithmus zur Basis b von b hoch 1? 1, genau. Hier passiert das gleiche wie hier drüben. Der Logarithmus zur Basis 10 von 10 hoch 1, ablesbar, ist 1. Na, was haben wir denn jetzt gekonnt? Gar nichts. Dann guckt mal, vorhin hieß die Aufgabe so hier, warte mal, das mache ich mal ein bisschen. Vorhin hieß die Aufgabe, Logarithmus zur Basis b von a ist x und jetzt heißt es, das kann ich ja wegstreichen, äh, x ist Logarithmus zur Basis b von a. Das ist aber der Beweis dafür, ein sehr starkes Indiz, dass diese ganze Umformerei gar nicht so falsch ist. Dass das Logarithmieren auf beiden Seiten wirklich letzten Endes nichts kaputt macht. Gut, jetzt geht es ein bisschen anders weiter. Noch ein Beispiel. Äh, nehmen wir mal an, Moment, ich muss den Stift wechseln. Nehmen wir mal an, es heißt jetzt so. Und zwar, der Logarithmus zur Basis b von a ist x. Na nun, kennen wir das schon? Der Logarithmus zur Basis b von a ist x. Wie kann man es weitermachen? Man könnte sagen, naja, wie üblich, wir machen es so weiter, äh, wir schreiben es um, b hoch x ist gleich a. Hat sich noch nichts geändert. Und jetzt nehme ich nicht den Logarithmus zur Basis b, sondern jetzt sage ich einfach mal, probieren wir das mal aus, ob das geht. Ich sage einfach, wir logarithmieren mit dem Logarithmus zur Basis c. Obwohl wir, jetzt haben wir vier Variablen drin. Ist nicht schlimm. Ist nichts passiert. Einfach nur schreiben. Logarithmus zur Basis c von b hoch x. Logarithmus zur Basis c von a. Hm. Wenn ich jetzt weitermache und sage, hm, 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 wenigstens schon mal das x kriege ich nach vorne, ne? Dann heißt es, x mal Logarithmus zur Basis c von b ist, und die rechte Seite bleibt so. Na, das ist auch ein bisschen größer. Und jetzt teile ich durch diesen Rahmen, ich mache das wie bisher, durch den Logarithmus zur Basis c von b, Und dann steht hier, x ist gleich Logarithmus zur Basis c von a geteilt durch Logarithmus zur Basis c von b. Und das sagt uns, wenn das so austauschbar ist, dann kann c, also das hier, das bedeutet folgendes. Das bedeutet, wenn die Basis, wenn ich die beliebig wähle, ohne sie zu kennen, die Basis c, die kann also irgendeinen Wert annehmen. Ich schreibe das ganz bewusst, weil mittlerweile gucken aus unterschiedlichsten Ländern Leute zu. Ich möchte mal wissen, wie die mich verstehen, gerade mich. So, das heißt also, ich könnte irgendeine Basis annehmen. Das ist damit wieder letzten Endes bewiesen. Und was nehmen wir für Basen? Wir nehmen natürlich, praktischerweise, praktisch ist für uns die Basis 10, beziehungsweise die Basis e. Das ist ideal. Verrückte Zusammenhänge, ne? Jetzt machen wir eine Übung. Und zwar machen wir eine Übung so, dass ich nochmal schnell euch eintippen lasse. Ich mache dann in der Zeit Pause. Wir probieren aus, ob das geht. Wir haben allerdings nur zwei verschiedene Basen, ne? Ähm, ausprobieren. Also. Das beweisen wir uns jetzt selber nochmal. Wir schreiben, Logarithmus zur Basis 3 von 81. Ich weiß, weiß ich selber, ist klar, das ist nicht das Problem. Ihr macht jetzt also die Schritte wie bisher, umschreiben und so weiter. Ich hole gleich das andere Bild nochmal hervor, ausprobieren. Und dann logarithmiert ihr einmal mit 10 und einmal mit E. Schreibübung, damit ihr euch dran gewöhnt. Und Action, Moment, das Bild nochmal. Und jetzt mache ich kurz Pause. Beide Seiten entsprechend umbasen. So, es geht weiter. Ähm, wir hatten ja gesagt, okay, und das ist 4. Das haben wir eben mit dem Taschenrechner ausgerechnet. Das kann jeder ausprobieren. Äh, ich schreibe jetzt nochmal wieder was Verrücktes hin. Die Basis steht weiter unten, ne? Ist gleich dem, zum Beispiel 10er Logarithmus, äh, von 81 geteilt durch ein 10er Logarithmus, äh, von 3. Langsam funkelt es, glaube ich. Ähm, kann ich auch sagen, ist gleich, äh, die Basis steht weiter unten, ne? Ist gleich dem Ln von 81 durch Ln 3. Ne, okay, gut. Das mal nebenbei, äh, dass das zu Fuß auch funktioniert. Und jetzt kommen wir zu der Frage, ob man denn auch vorteilhaft hier eine Basis verwenden kann. Klar. Dann müsste das, hier diese, diese Rechnerei eben mit C oder hier mit 10 oder mit 2, müsste die genauso funktionieren mit der Basis 3. 3, machen wir das, schreiben wir es um. 3 hoch x, hier drüben stand mal ein x, äh, soll 81 sein. Jetzt mache ich das mal der, der Schnelligkeit halber. Der Logarithmus zur Basis 3 von 3 hoch x, au, 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 Moment, geht gleich weiter. Soll sein, ich habe jetzt mal die Zeile logarithmieren verlassen, äh, vergessen, weggelassen. dann heißt das x rüber und hier draus mache ich eine, was mache ich aus 3 hoch 4, genau, gut. Also x nach vorne, heißt das x mal Logarithmus zur Basis 3 von 3 soll sein, dem Logarithmus zur Basis 3 von 3 hoch 4. Na, das hat sich wieder erledigt, das wird eine 1. Warum? Weil hier ein 3 hoch 1, das ablesbar ist. Also x ist fertig und hier kann ich den Logarithmus ablesen, das ist 4. Das geht also sogar, wenn ich, wie gesagt, wenn ich in allen Zahlen in der Basis und in dem Ergebnis des Ganzen, wenn ich da eine 3 irgendwie versteckt habe, dann nehme ich praktischerweise die Basis 3. Obwohl es einfacher geht, ich weiß, ich schreibe das einfach bloß so um wie auf der rechten Seite, Logarithmus zur Basis 3 von 3 hoch. Ist aber wieder ein Indiz dafür, dass das funktioniert. Na gut, jetzt reizt mich das, euch noch Folgendes zu zeigen. Ich schreibe nochmal 3 hoch x, ist 81, ich lasse mal gleich ein bisschen Platz, ist 81. Ob das auch mit dem Logarithmus zur Basis 9 geht, probieren wir es aus. Logarithmus zur Basis 9. Also Logarithmus zur Basis 9 von, Achtung, jetzt müssen wir gleich arbeiten, hier auch, Logarithmus zur Basis 9 von Gesundheit. Das ist 9 hoch 2, das geht leicht. Was kann ich aus der 3 machen? Danke, genau, so gehört, 9 hoch 1,5, jawohl. 9 hoch 1,5 x. Noch klar? 9 hoch 1,5 ist die 3 und das x lasse ich stehen. Ach, jetzt nehmen wir mal Kumpel, das x, das schreibe ich mal gleich hier mit davor. Was ich mache, ist eine Schmiererei, das macht ihr bitte nicht. Immer schön zeilenweise abarbeiten, dann geht das. So, jetzt probieren wir mal aus, ob es weitergeht, ob das funktioniert. Das heißt jetzt nichts anderes. Jetzt können wir Tippel-Tappel-Tour angehen, beziehungsweise rechts machen wir mal eine 2. Und ich könnte teilen durch den Logarithmus zur Basis 9 von 9 hoch 1,5, naja, das wissen wir selber, das muss nicht sein. Durch was kann ich nämlich teilen? Ich kann diesen Logarithmus hier, bis hierher, den kann ich auflösen in 1,5, genau. Also, 1,5, äh, 2 durch 1,5, kann ich direkt teilen, ist x. Soll ich kurz Pause machen? Ja. Ja, es kam noch mal die Bitte, ich sollte noch mal bitte langsam machen, das hier, das, äh, das ist nicht schön, das macht man so nicht. Wir schreiben es zeilenweise. Ist also Logarithmus zur Basis 9 von 3 hoch x, nur Schreiberei, nichts weiter passiert, Logarithmus zur Basis 9 von 81. Ich wandle um, ich wandle die rechte Seite um, äh, 81 ist 9 hoch 2, ist also Logarithmus zur Basis 9 von 9 hoch 2. Und jetzt muss ich irgendwie Logarithmus zur Basis 9 von, äh, jetzt muss ich 3 irgendwie umwandeln in 9 hoch 1,5. Denn die Wurzel aus 9 ist nur noch 3. Aber Achtung, hier, dieses x, das muss hier mit hin. Denn ich habe nur, warte mal, das mache ich mal, ich habe diese 3 in 9 hoch 1,5 verwandelt. Mehr habe ich nicht gemacht. Die 3 ist zur 9 hoch 1,5 geworden. Das x muss ich demzufolge da lassen, wo es schon stand. Gut, jetzt habe ich den Vorteil, das x wandert nach vorne. Das ist schon mal gut. Aber, wir können aus diesem Ausdruck, äh, warte mal, das mache ich mal highlightend. Wir können aus diesem Ausdruck hier, bis hierher, bis auf das x, das wandert ja sowieso nach vorne, können wir schon was anderes draus machen. Was können wir da draus machen? Gut, wir können doch, wie üblich, Logarithmus zur Basis 9 von 9 hoch an hoch ablesen, was es ist. Und das ist nun mal 1,5. Und mein x steht noch da, beziehungsweise, wenn ich das nach vorne schreibe, dann heißt es x mal 1,5, also heißt es 1,5 mal x. Gut, ich mache es umgekehrt. Ich lasse das x nach vorne wandern. Ne, das kann man nach vorne wandern lassen. Also heißt es x mal 1,5 ist, und jetzt machen wir hier auf der rechten Seite das Gleiche und sagen, aha, Basis 9 von 9 hoch, aha, wunderbar, ist 2. Wenn ich das jetzt auflöse, muss ich mal 2 nehmen. Entweder ich teile durch 1,5, aber man sagt gleich mal 2, dann hat man es auf einen Schlag weg. x ist 4. Siehe da, hat wieder funktioniert. Jetzt können wir uns eigentlich eine Übung erlauben, aber lasst uns lieber dann nochmal üben, weil jetzt kommt es nochmal richtig schön und jetzt werden einigen so richtige Lichter aufgehen. Wir könnten auch sagen, wir können zur Basis x logarithmieren, selbst das ginge. Also, wir können das Verrückteste machen. Also, alles ist möglich. Mit anderen Worten, damit ist wirklich jetzt mittlerweile bewiesen anhand der vielen Indizien. Ne, 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 ne. Daran ist mittlerweile sogar bewiesen, dass man sagen kann, okay, das können wir wirklich verallgemeinern und jetzt können wir uns eine Faustregel einprägen. Die geht ganz leicht. Ich habe die schon mal angedeutet. Die Faustregel. Ich zeige sie nochmal ganz schnell.